hallo leute und willkommen zu einer himmlischen gartenrunde bei pixelgun 3d und wir werden heute mal gucken ach so wir haben übrigens auch ein tier und ein fuchs ja sieht schon interessant aus haben wir denn für waffen hier denn die maps haben immer andere waffen und ach so wir sind blau sniper ist nicht so gut so 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 ja wenn da jemand hier mit das war eigentlich gar nicht beabsichtigt aber okay ok Naja, wir müssen mal unseren Charakter aussehen, also wenn bisher nur den Stamm war, aber der gefällt mir irgendwie nicht. Oh Gott! Du Motherfucker! Oh, ich hab noch ordentlich Schaden gemacht. Hab ich jetzt den umsonst bekommen? Ja, lol. Jetzt haben wir einen kostenlosen Schild bekommen. Nein, das wollte ich nicht. Junge, wie viel halten die denn bitte aus? Ah ja, da hab ich ein bisschen daneben gezielt. Na egal. Easy. Hey, okay. Yo, 6 Kills. Okay, neuer Kampf, neuer Runde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, das hat keiner gesehen. Ich hab den noch gekillt. Ich hab den noch gekillt. Ha. Ja. Was? Von wo? Oh. Hä? Ich hab den nicht mal gesehen. Okay. Oh. 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 Junge flieht doch nicht so. Peige. Ähm. Junge, hör auf zu fliehen, ich hab jetzt schon zwei oder drei K 근데, keine Ahnung. Also ich bin sehr, was die Köpfe angeht, sehr gut. Junge, warum fliegt der denn die ganze Zeit? Joga, hör auf zu fliegen. Was? Ich hab den nicht geg... Er war ja genau, Raketenwerfer. Klar, okay. Ja, und das Hilfstier bleibt bestehen. Raketenwerfer. Hab ich den noch mitgenommen? Oder hab ich... Ey, der Hacker. Junge. Boah, mein Muni, scheiße. Ich hab schon wieder keine Muni. Oh, jetzt führen wir. Aber nur wegen mir, Alter. Ich hab gerade so viele Kills gemacht. Oh, dürfen wir das jetzt nicht mehr verlieren. Und wo? Ich dachte, so, so. Yeah. Bam. Okay, ich hab einen Kill gemacht. Aber... Ja. Neue Map. Ich geh mal auf Paradies. Wir müssen ja auch ein bisschen Abgeführung haben kommen. Kann ich es mal bitte laden? So, und zur Brück. So. Neue Map. Neue Runde. Neues Glück. Habe ich den etwa nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Ich hab den nicht getroffen. Hä? Der trifft mich, aber ich triff ihn nicht. Willst du mich verarschen? Was geht mit dem ab? Wir sind Freunde, Junge. Oh. Ernsthaft? 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 Da kam doch ein Typ daher. Junge, wie schnell ging der? Junge. Das war nicht dein Ernst gerade, oder? Da kam gerade jemand, und dann ist der andere. Achso, okay. Oh, das schöne Meer. Wird mich verarschen? Wollt gerade sagen, also. Wie viel hat der denn aus? Was von hinten? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. What? Mist, das wollte ich nicht. Ja, keine Minute mehr. Ist mir scheißegal. Keine Wackelkumpel, ich gebe ja Rückendeckung. Ich muss mich verarschen, ich habe den Mist getroffen. Hä? Bin ich etwa wirklich so weit weg? Sack. Ist mir scheißegal, ich habe den jetzt gefiltert. Aber das ist mecker. Ja, okay, das war jetzt unfrei. Ich war jetzt nicht vorbereitet. Raketenwerfer. Ich weiß nicht, dass man sich auch nicht ducken kann, oder so. Nichts. Geht's nicht weiter höher? Das finde ich irgendwie jetzt ein bisschen scheiße. Ist der L3 jetzt wirklich geläffelt? Äh, leffelt? Nee. Hä? Ich habe den Kill, aber ich habe... Hä? Hä? Erstmal high schreiben. Und es enden. Und gewonnen. Zack. Wie viele Kids habe ich? Zwei. Besser als gar nichts. Ja, nochmal eine Runde kommen. Wow. Hey, ich habe noch nicht mal einen Kill bekommen. Hä? Doch, jetzt. Hä, was? Oh, ja. Ja, genau. Das ist ein Jetpad. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich fang da. Oh. Okay. Ja, genau. Junge, so schnell bewegt sich doch keiner. Lass mich wirklich verarschen. Wow. Was ist denn das jetzt? Und wo? Und wo? Junge, wie viele sind es denn? Geil. Oh. Oh. Ja, genau. Da kommt jetzt mal so ein Raketenwerfer. Und wo? Und pointy, Junge. Ist das eigentlich gerade dein Ernst? Oh, so ein nerviger Typ. Wow. Ich habe keine Money mehr. Oh. Was? Ein Tintenfisch? Wtf. Ich habe den noch getroffen. Was? Wir haben noch eine Idee. Was? Wir waren doch gerade am führen. Okay. Eine Runde noch und dann ist für heute auch Schluss. Oh, Gott. Von wo? Von wo? Von wo? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow Oh Gott Hä? Hä? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich kann nicht so schnell die Waffe switchen Oh, ich hab den ge-ge-gesteilt Okay End up Oh Gott Oh Ähm, Fangshund Nein Oh, Hä? Ich war komplett auf der anderen Seite Hä? Okay Ah, der fliegt erstmal rum Genau Ähm 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 Oh, schon wieder gekillt Yeah Ein Ein Mädchen Jum helping und Ich hatteola Ich habe detail math Um visite hat miş B damit Oh, wo? Hä? Doublekill Wow, ich hab Ja, ich hab noch Muni, aber Die brauchen wir Brauch ich ja jetzt nicht mehr Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen Also, Leute, wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Und ciao